Eine rechtmäßige Festnahme vorzunehmen, nicht tödliche Techniken anzuwenden, um den 37-Jährigen unter Kontrolle zu bringen, sagte Lendry ihre Sorge. Der Mann könne bewaffnet und gefährlich sein. Hätten sich im Nachhinein als korrekt herausgestellt in einer Hosentasche des Toten wurde nach Angaben der Polizei eine Handfeuerwaffe gefunden. Die Entscheidung, auf die formelle Beschuldigung der beiden Polizisten zu verzichten, hätten die Ermittler nicht von leichter Hand getroffen, betonte der Generalstaatsanwalt. Die Tante des Verstorbenen verurteilte die Entscheidung jedoch scharf, ihr habt einen Mörder wieder auf die Straße gelassen, sagte Sandra Störling. Die beiden Polizisten hatten Störling, der vor einem Laden CDs verkaufte. Am 5. Juli 2016 durch Schüsse aus nächster Nähe getötet ein von einem Augenzeugen aufgenommenes Video zeigte, wie die Beamten den Afroamerikaner auf den Boden werfen und festhalten, während sie mit dem Mann ringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017